Herzlich Willkommen zur Roten Couch. Mein Name ist Leopold Bochtler vom Publish Industry Verlag und mein heutiger Interviewpartner ist Tobias Keller, Global Safety Consulting Coordinator beim Technikum der Schmerzahlgruppe. Hallo Herr Keller. Schönen guten Morgen Herr Bochtler. Ich würde gleich mit der ersten Frage rein starten und zwar welche Neuheit präsentieren Sie uns heute? Ja ich möchte Ihnen heute ein neues Produkt der Schmerzahlgruppe vorstellen und zwar handelt es sich dabei um den MCE Expert, den Machinery CE Expert mit TÜV Rheinland zertifizierter Qualifikation. Hierbei handelt es sich um ein viertägiges Ausbildungsseminar mit abschließender Prüfung, wobei sowohl das Ausbildungsprogramm inhaltlich als auch die Prüfung zusammen mit dem TÜV entwickelt und auch zertifiziert wurden. Okay und was macht das Qualifizierungsprogramm so besonders? Besonders macht das Qualifizierungsprogramm, dass es auf einer jahrzehntelangen Erfahrung aufbaut, die die Schmerzahlgruppe erworben und auch weiter auf und ausgebaut hat und dass es sich hierbei, wie ich eingangs schon erwähnte, um ein zusammen mit dem TÜV Rheinland entwickeltes Zertifizierungsprogramm handelt. In diesen vier Tagen wird ein sehr kompaktes und auch umfangreiches Wissen vermittelt, ein Wissen, was man benötigt, um eine CE-Kennzeichnung an einer Maschine durchzuführen, also das CE-Konformitätsbewertungsverfahren durchführen zu können, wobei wir uns an dieser Stelle mit diesem Ausbildungsprogramm nicht auf einzelne Schwerpunkte konzentriert haben, wie es andere Ausbildungsprogramme häufig tun, sondern wir haben mehr Wert darauf gelegt, das große ganze Puzzle darzustellen, um dann auch den Teilnehmer und dann auch später den Absolventen in die Lage zu versetzen, das große ganze Bild als Ganzes zu bewerten und immer genau zu wissen, an welcher Stelle befinde ich mich gerade, was muss ich berücksichtigen, welche Gesetze und Normen sind für mich anzuwenden und im Endeffekt ist es ein sehr deutlicher Vorteil, den der Teilnehmer hat, ein zeitlicher und aber auch wirtschaftlicher Vorteil, weil man halt dieses Wissen quasi im Endeffekt ins eigene Haus holt. Man ist also nicht mehr auf externe Quellen angewiesen, sondern man kann wirklich besser bewerten, was liegt gerade vor mir, ist es ausreichend, ist es nicht ausreichend, und brauche ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch dann externe Hilfe. Aber genau das ist auch der Fokus, dass wir halt so ein bisschen in die Selbstqualifizierung reingehen. Das sind ja jetzt schon einige Punkte. Welche Eigenschaften kennzeichnet das neue Seminar noch? Eine besondere Eigenschaft, die wir auch immer gerne hervorheben, ist, dass es sich hierbei um ein international anerkanntes Ausbildungsprogramm mit einem international anerkannten Zertifikat handelt, welches den Absolventen, den erfolgreichen Absolventen dazu berechtigt, den Titel Machinery CE-Expert mit TÜV Rheinland zertifizierter Qualifikation zu tragen. Umgangssprachlich nennen wir das MCE-Expert. Das Ganze ist halt ein bisschen handlicher und kompakter in der Form. Was auch noch ein großer Vorteil ist, den wir sehen, und zwar ist dieses Zertifikat nicht nur interessant und relevant für Maschinenhersteller, die sich in der Europäischen Union befinden, sondern auch für Hersteller und den Verkehrbringer, die sich außerhalb der Europäischen Union befinden, jedoch in den europäischen Markt importieren möchten. Weil diese, wie Sie wissen, selbstverständlich auch den entsprechenden Nachweis genauso erbringen müssen wie ein europäisches Unternehmen. Und somit ist es auch aus diesen Gesichtspunkten her eigentlich nicht nur für Europa, sondern auch für die ganze Welt interessant, sich hier in diesem Thema etwas weiter zu qualifizieren und vorzubilden. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Keller, für die spannenden Einblicke und bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank auch von meiner Seite. Vielen Dank.